Und jetzt kommt doch mal rein. Ja, aber ich hab's doch angenommen. Ja, jetzt kommt doch mal rein. Ja, jetzt kommt doch mal rein. Oh, ich hab's doch angenommen. Ja, jetzt kommt doch mal rein. Oh, ich hab's doch angenommen. Es war durchatmen. Ja. Nice. Wallis. Was ist das denn? Wales. Nee. Ach so, es wird einmal geschrieben. Ich hab zwei gelöst. Das ist geil. Ach, Bruder. Mit Wales. Wir all living in Kanada. Kanada. Ja, rot und rot. Geil. So, dann kommen wir rein. Guten Morgen. Und heult. Wenn wir den ersten Buchstaben aus euch tauscht, heißt der Toilet. Ich kann nicht sehen, wie der in seiner Jugend gemobbt wurde. Einen mit dem Flora will ich ihn wieder nicht. Ach, Oliver. Ich will nicht mit was dazu spielen. Noch nix. Nein. Wenn Sie heute verlieren, Bushy, dann war es das. Ja, dann wäre die Saison vorbei. Und das ist mal Druck. Ja, was? Ja, was? Was ist denn jetzt los? Ja, jetzt geht der noch mal wieder. Okay. Sonst hätte ich auch mit das dazu gespielt. Das zeigt er sein ganzes Können. Aber das war gefährlich, keine Frage. Nein. Per Hechtsprung, Bushy. Sie müssen aufpassen, jetzt den Spielaufbau. Alter, Bushy, der Hechtsprung. Gute Aktion. Da sehen wir die Aufstellung. So spielt er ganz gut. Oh, alles okay, Bruder. Hechtsprung, Bushy, so hieß es. Wir sehen hier ein 4-3-3-1-Klar. Und hier kommt Textsprung, Bushy. Über die Flügel gehen. Haha, geil. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Sie spielen viele über die Flügel gehen. Also ich bin noch Fußball und nicht. Hahaha. Aber es ist klar, genau. Oh, 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 oh. Das ist aber mal Schluss. Warum sind deine so schnell? Schuss zur Führung. Japaner da? Das ist wohl noch ein paar weitere Zeit. Cavalini und David. David, Buh. Plattiert und richtig. Wucht, mit der Ballett. Ja, der Hechtsprung, Bushy und Österreichs zu können. Das ist so wie es nicht, dass es richtig ist, das ist ein sehr geiler Name. Der Pastor, die Zubusch I. macht er gut mit der Karte ich habe mich gerade gewundert wo man jetzt spieler hin ist das Alter anzudrücken oder oder wir haben auf dem Team kämpft nicht erschwingt will jungs gab es in der Ereignisse ich es lieben weil man nicht zu viel durchgehen lassen dann reichen die Spieler gerne aus jetzt schon ja hier jetzt macht man ja Ja, Torwart. Los, du machst es. Ja. Hol ihn raus, Bruder. Hol ihn. Kanada. Das ist alles, was wir in den Spielern denken. Kanada. Well. Das sind die dreieinhalb Sterne. Ja. Oh. Gesur wie geleckt. Da steht der Wiener 1. Verstehst du, wenn der Wiener 1 ist? Ha, lol. Ha, lol. Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Immer noch gefährlich. Wow. Chance lebt. Ja, ha, 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 ha. Nein. Ha, 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 ha. Ich hab den Schiri für 50 Cent gekauft. Nein, nur die Gieren. Ha, 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 ha unerwartet ist heute ist er nicht in den Ball was macht er auch bei ihnen bei dem ich habe sie schon seitdem er hat ich habe mich geistert das ist auch das was ich lasse den eigenen spieler geht es ja ich habe aber das ist mit ihm ist da verhindert den Treppen alle kommen das noch mal aufs Spiel bitte das Ding ist ich hab mich grad nur darauf vorbereitet in die Spieler auszudribbeln und plötzlich waren die weg und lag bei der Boden ich dachte der wird jetzt passiert Scheiße ich komm mir gar nicht ich bin hier gar nicht ich bin hier überhaupt nicht konzentriert da ist er heulett ähh der weiß wieder nicht was er für einen Jubel machen soll das läuft einfach in den Seck der dann was so blutungsangst und rennt vor seinem Team weg nein was will ich an mit Corona Hilfe Hilfe, eure Keime Oha, eure Keime sie kommen über den Flügel sie werden bei mir abgelassen verstehst du, weil da Toilette heiß krass die Toilette haha die Toilette da oh Ecke kommt die Ecke kommt haha verstehst du nee, auf hehehe oh nein Schussversuch oh nein wir haben meinen Torwart noch ganz der hat die Glatze, mein Torwart nice aber es ist nicht so toll wie Hecht und Buschi hehehe oh Ramsey Gareth Bick fail mit der Riesen-Shaw oh nein Bailo-Gana Bailo-Gana haha oh ja da ist es da ist es die Spielern macht das doch nicht Bailo-Gana das ist doch mal den Hofmann das ist in die Lüge das den Jury kennen wir doch was die Moral 2 Bailo-Gana der hat halt Moral und die Sitzung und Spaß hat er gelegt zu geklatscht worden ist die Krim ausgeführt hat Gold Hecht von Buschi am Start Prozent nach das 8ach Hecht und Buschi spielt bei Wales oder was er ist der Torwart als Schäuhrer erzlärkt wird die Titel übernommen ach so war er aber auch hoch Hupf ich will nicht in deinem Leben das ist Hecht und Buschi liegt ich niemals mit dem Mann Ja, aber wie romantisch, dass ich so in deinen Armen hängen bleibe. Oh ja, oh geil, das war schön. Ich bin in die Arme gesprungen und bin dort verweilt. Verweilt? Du hast den Boden geschmissen, hast du. Ja. Scheiße, Alter. Oh, scheiße, Alter. Neun. In den feinen Raum, der Galaxie. Der Galaxie. Oh! Boah, da trifft er nicht, das war wie gelesen. Aber dann sieht man, dass meiner nicht hechten Busch ist, weil der hätte den bekommen. Ja, auch wenn er daneben ging, aber der hätte den bekommen. Ja, war auch nicht Baylor Garner, der da geschossen hat, ne? Ja, ja, ja. Da darf man sich schon nicht wundern, wenn der nicht reingeht. Ich weiß nicht, was ich für einen folgenden Titel nehmen soll. Bam. Hä? Hä? Der war schon alles. Weg ist der Ball. Oh, au ey. Gute Aktion. Jetzt wär' Zeit für ne Flanke. Boah. Boah. Alla, woo. Bam. Boah, hu. Hechtssprung, Bushi. Er macht sein Name, Aller Ehre, Bruder. Ich hab' den Mann, wenn ich spieler, einen Fall, ich ziehe, gemacht. Ja, hab' ich gesehen, du krass. Auf, 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 auf. Das auf, 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 auf. Auf, 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 auf. Ganz klar, da muss ein Freistoßballen. Hat er gerade gesagt, ganz stark, da muss ein Freistoßballen. Da muss ein Freistoßballen. Ja. Ich denke, das geht in Deutschland. Oh, da feiert der Freistoßballen. Ganz stark. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Offenes Wort. Er hat Karten morgen reingeloggt. Ja, er hatte mal in der Schuss. Wohoho. Ah, da fehlt der Hechtsprung. Ja? Hechtsprung, ja. Hechtsprung, ja. Hechtsprung, Bushi ist einfach nicht da, weißt du. Aber das ist wieder Belogana an der Seite. Oh, ja Belogana. Das ist jetzt, das Tor hat sich gearbeitet. Kamerl wohl sagt, sie sind da dran, aber so robust wie er ist. Aber so robust wie er ist. So robust wie er ist. Nein. Nein. Lass es doch mal, bitte. Trinkpause. Trinkpause. Nein, bitte. Oh Gott, Alter. Gut aufgepasst. So wird das nicht gefährlich. Boah. 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 Hab ich den den noch weggeschnappt, Alter? Boah. 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 Hechtsprung, Bushi. Ich schenke an deinem Bein fest. Ja. Tja, da ist ne Barriere. Einmal so das Bein gehört mir. Hechtsprung. Hechtsprung, Bushi, Alter. Ich dachte, ich hätte den Ball rausgegriffen. Ich dachte, ich hätte den Ball rausgegriffen. Ich dachte, ich hätte den Ball rausgegriffen. Dachte ich auch, aber okay. Da hätte er mehr draus werden können, sah gut aus. Nein. Doch. Äh. Wow. Der Ballverlust, keine gute Art. Nein, ruhig. Nein. 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 Realität ist oben, aber es geht noch weiter, gibt drei Minuten oben drauf. Uff. Das ist die richtige Entscheidung. Mann, der Assistent ist doch scheiße. Ja, das war halt, tatsächlich die Abseitung für das Schalte vom Assistent. Ah, geil. hat die Ashley ist wieder da. Ashley Davies. Au! Mein Kilo hat mir jetzt was hast du getan. Du hast mich getreten. Nein! Doch. Alter, wuh! Sehr lustige Spielhälfte. Ich hab dich ausgeglichen mal. Alter ich hab dich komplett aufgeholt. War schon nice. Anstoß! Und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Mir fehlt halt der Hechtsprung durch die Tore. Ja. Aua! Nein! 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 Nicht Gordon Ramsay! Das ist... Nein! Lass doch Balogana schießen! Never! Ever! Haha! Ich hab Balogana umgebracht. Nein! Aber... War der eigentlich auf Alderan, als das zerstört wurde? Das ist ne gute Frage. Ich denk mal. Oder war der schon tot? Oder ist der Ball wieder weg? Das ist ne gute Frage, aber ich glaube nicht. Okay. Gutes Auge in dieser Situation. Nice, dass du deine Meinung sehr langsam änderst. Au! Okay. War das bei Ihnen? Ja, es war Balogana! Aua! Warum steht da dein Vorname drauf? Was? Haha! Haha! Fragen, nur Fragen! Haha! Haha! Wir haben Platz! Nein! Warte, ich nehme den Ball ab, dann kannst du durchatmen. Lang auf den! Superaktion! Ungeklärt! Haha! Jetzt ist Platz für den Konter! Nein! Aua! Der Konter wird abgefangen! Lol! Hä? Der Moderator hat gerade bei Ihnen gesagt, der Konter ist gestorben. Was? Ja, weil er so mitten im... Er wollte gestorben sagen und hat so mitten im Satz aber den Satz geändert. Uh! Nice. Weil er so... Die Konterschance ist gestorben. Aua! Da hat er den Ball zu rücken. Haha! Oh! Alter, da will er aber Hechtsprungbusch die Konkurrenz machen. Ja. Ist grad schlecht. Und... Bäm! Hechtsprungbuschi! Yeah! Oh, ich hab gelenkt, wo ich grad den Mund reinkam. Oh, jetzt gehen sie über die Flügel! Bäh! Energischer Vorstoß! Nein! Ja, sie können erst mal klären! Scheiße, Alter! Oh, scheiße, Alter! Oh, scheiße, Alter! Jetzt wartet doch mal! Jetzt wartet doch mal! Jetzt wartet doch mal! Jetzt wartet doch mal! Boah, was?! Letzter Mann! Wie reagiert der Schiri? Scheiße, das ist rot! Nein! Nein! Nein, nicht James! James Lawrence! Das ist ein Bruder vom Lorbring. Boah, alter, Junge! Boah, alter, Junge! Warum? Nein! Du wirst nicht mehr! Du wirst nicht mehr! Alter, wie geil ist dieses Spiel heute wieder! Ich weiß es nicht, aber ich höre! Ne, ja. Ja, ja. Genau, ja! Verständlich, ne. Sehr, ja. Da, ja. Da, ja! Da, ja! Da, ja! aber los er hat die Hand die Erste und Neue du hast ja keine Haare du musst ihn nicht aus dem Gesicht waschen das ist bei dir die Haare aus dem Gesicht Nein der ist so mit den Händen über den Kopf gefahren so scheiße das ist so Hallo Ben Davies Ben Davies jetzt der Vorstoß denn bei Super gemacht nur da also dass ich vorerst aber Ballverlust für das war der Läuble die hohe und wo schlägt Kreiser das ist auch so in der Timi sprechen von Spielern so muss aufpassen der Hecht-Sprung ist im Tor Hecht-Sprung Buschi Leute, passt auf! Fels atmet durch, das war knapp, fast der Rückstand, Sie müssen hier einfach mehr machen! Was?! Was war das denn? Nein! Ja, ich hab dich geschubst, so war so ein Stolpern. Achso. Flop! War auch nicht Bale, weißt du? Bale Organe hätte den gemacht mit seiner Standhaftigkeit, mit seiner Inbrünstigkeit. Wir sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja, Bale Organe ist ja eine inprinzige Hoheit, Alter. Gefährlich! Boah! Hecht-Sprung Buschi! Alter, verloren Place. Ja, easy. War zwar nicht geplant, aber easy. Ehrenlos. Ball ist weg! Bäm. 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 Moment, Spieler bleibt vermogen, steht. Wo ist der Ball? Sieht gefährlich aus! Äh! Ja! Hecht-Sprung Buschi braucht auch mal ne Pause, Oliver. Jetzt ist's gefährlich! Nein! Jetzt lass sie doch! Nein! Ich will Hecht-Sprung gesehen! Regulär ist auch eine Stunde zu spiel! Ja! Oh! Oh! Lorenz! Ah! Da verlieren sie den Ball! Tod Lorenz! Dead Lorenz, Alter! Er hält sich gerne in einer Linie! Haha! Der ist doch scheiße, der Linienrichter! Wo ist die gelbe Karte? Ganz gestimmt! Äh! Und da ist der Ball wieder weg! Nein! Ehrenlos! Jetzt bleibt nochmal stehen jetzt! Ah! Vielleicht Sprünge! Haha! Warte mal um! Huh! Störf! Bam! Darf ich gar nicht hingespielt! Aber danke! Wow! Das war aber krass! Das war sehr krass! Das war sehr krass! Ja! Bam! Oh! Das könnte was werden! Boah! Scheiß Allah! Oh! 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 Scheiß Allah! Oh! Scheiß Allah! Boah! Alter! Dieser Torwart von dir! Alter! Hechtssprung Buschi! Da ist es einfach! Er betet da Hechtssprung Buschi an! Ja! Oh! 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 die Spanke Stil bis zum Schluss tut sich hier auch was und beitragen und es ist ein guter Teil der Zeit der Rote nach der Kette ich bin der Grundsatz für die Rote verbreitet die Städte es ist ein Schleswig-Holstein er hat er so wie er hier wohl der Sander war bereits verwarnt haben werden das ist richtig breitbeinig sein gelaufen ist so ganz jetzt mal aufhören bieter bieter die guterhaltung konnte eher abseits gewesen und erinnert sich der einseller oder macht jetzt so ergeben sie die fahre so er hätte es gemacht sich nix gut er hat er zu stellen mal gewinnen der war Ehrenlos! Nein, schieß doch! Ja, Hechtsprung, Buschi! Wuhu! Alter, ich bin hier so motiviert gerade, krass! Jetzt geht es den Endspurt, drei Minuten nach der Zeit. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Vielleicht die Gelegenheit für gute Ballführung. Nein! Ja, Hechtsprung, Buschi! Echt? Der bringt die Sterne wieder alleine, der Spieler. Ja. Ja, Sie können erst mal klären. Na, jetzt müssen Sie aufpassen! Nein. Was macht, hä? Warum? Warum, hä? Schluss mit Buschi und wir hören es deutlich, die Fans sind sauer. Er ist halt rückgeschießen, Alter. Guckt der den Ball nach hinten? Alter, das war das spannendste Spiel, das wir je hatten, glaube ich. Warum waren meine Spieler gerade am Ende so scheiße? Alter, Hechtsprung, Buschi! Der war es einfach! Ja! Ja! Ja, das... Das ist die geilste Folge, Alter. Guckt, jetzt ein Schiss aufs Tor 15! Ja! Junior heulet! Bester Spieler! Der heulet jetzt da, verstehst du? Hahaha! Was da noch Junior mit vorne heißt? Das ist eine Kinder-Toilette! Alter, geil! Ja, Leute! Das war's mit dieser sehr amüsanten Folge! Ja! Wenn's euch gefallen hat, dann ist es natürlich richtig grade! Schaut beim Hechtsprung Buschi vorbei! Und beim Oliver und bei Corvala Jungs! Mh! Mh! Hahaha! Hahaha! Äh, lasst 5 Likes da! Spendet 1000 Euro! Und das 20 Abos da! Und 3 Hülpser! Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Tschüss, Alter! War das bei Ihnen? Ja, es war gar nicht! Wo steht da dein Vorname drauf?